Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um die Gefangenen von Santobal. Über das schwarze Auge, herausgegeben von Ulysses Spiele. Viel Spaß. Bald haben wir es hinter uns. In 45 cm stoßen wir auf den Schacht. Da haben wir endlich unser erstes Abenteuer für den Süden, für den richtigen Süden. Kein Heldenwerk, sondern ein richtig großes mit 60 Seiten und mehr. Und es ist richtig gut geworden. Das kann ich schon mal vorweg nehmen. Wer also wissen will, warum es gut geworden ist, der wird bitte dran. Alainfair. Beziehungsweise wir befinden uns auf einer Küste, die in der Charyptik liegt. Also auf dieser Inselkette um Alainfair herum. Die sich dann von Süden aus in Richtung Westen nach oben zieht. Das ist so ein bisschen diese Charyptik. Und da haben wir Piratenflair. Und genau hier setzen wir an. Das Abenteuer beschreibt ganz grundlegend einen Gefängnisausbruch. Das habt ihr jetzt natürlich auch schon in diesem kleinen Intro gesehen, worum es gehen soll. Es ist nicht wirklich Prison Break. Es ist so viel. So viel und so gut. Ich fange von vorne an. Die Helden bekommen einen Auftrag. Und der kann sehr verschieden aussehen. Es geht nicht darum, ganz explizit, es geht nicht darum, dass die Helden in ein Gefängnis geworfen werden und dann wieder rauskommen müssen. Es werden ihnen alle Sachen abgenommen. Wäre das der Fall gewesen, hätte ich das Buch nach 10 Seiten wieder zugeklappt und hätte keine Rezension gemacht. Nein, es ist besser. Die Helden wollen sich einsperren lassen. Es gibt jetzt verschiedenste Motivationen für alle Helden, die irgendwie Rang und Namen haben. Die irgendwie sich integrieren lassen. Wir klammern einfach mal Exoten wie Orks, Goblins und in diesem Fall Elfen aus. Halb Elfen sind ein bisschen problematisch. Das könnte kritisch werden. Warum? Könnt ihr euch denn in diesem Abenteuer anlesen. Aber ansonsten könntet ihr alle spielen. Ihr könnt Torwader spielen, ihr könnt Horasia spielen, Alain Fahner oder auch Leute aus Kunjom. Das ist egal, also wo ihr herkommt. Bei der Rasse müsste man, wie gesagt, noch ein bisschen aufpassen. Aber das gefällt mir sehr gut, dass es eben hier nicht nur mit Alain Fahnern geht oder nicht nur gegen Alain Fahnern. Sprich, wenn man dann ein ganz generisches Alain Fahner-Abenteuer spielt, dann könnte man beispielsweise keine Horasia oder keine Torwader spielen. Das ist hier aber trotzdem der Fall. Man kann sich also von dem Horas-Reich anwerben lassen, kann für die Krone kämpfen. Man kann die letzte Hoffnung sein und dann einen Gefangenen aus dieser Mine evakuieren, also befreien. Für irgendeinen dahergelaufenen SC, NSC oder eben jemand, der einem vor langer Zeit mal begegnet ist in dieser Kampagne. Und der hat jetzt irgendwie seine Frau verloren oder seine Kinder oder hast du nicht gesehen. Oder aber man ist ganz gierig auf Gold beziehungsweise auf Diamanten. Das wäre die andere Möglichkeit. Es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt hier sich integrieren lässt. Man kann auch ganz diabolisch sein, also man sagt einfach nur, man möchte den Alain Fahnern schaden. Auch das ist möglich. Also wer aus purem Sadonismus sich hier anheuern lässt, ist das möglich. Dann fängt es erst einmal damit an, dass man recherchiert. Und zwar meistens in Alain Fahnern. Man kann das sicherlich auch woanders machen, aber es macht auf alle Fälle sehr viel Sinn, dass man das in dieser Stadt tut. Und meine Empfehlung, mach das auch, denn Alain Fahnern ist eine richtig gute Stadt. Dann beginnt so ein bisschen ein Shadowrun. Man informiert sich über Santobal, über diese Diamantenmine, über diese Strafkolonie und macht an diesem Punkt schon sehr viel Stimmung. Man schürt Erwartungen und wenn man genug Informationen bekommen hat, dann muss man nicht nur rein. Der Weg rein in dieses Gefängnis, in diese Strafkolonie ist eigentlich sehr simpel. Man muss vor allem auch wieder rauskommen. Und da will man sich natürlich dann so etwas wie ein Siegel besorgen, damit man dann mit Fälschungen, mit ein paar Briefen, sich dann eben auch nach, sagen wir einfach mal fünf oder sechs oder sieben Tagen dann wieder rausholen lässt. Das ist so ein bisschen dieser Plan A. Wir gehen da rein. Wir lassen uns entweder begehen wie ein echtes Verbrechen und lassen uns dann verurteilen oder wir täuschen eins vor. Wie genau man das dann macht, ist völlig egal. Also wer nach Santobal will, der kommt auch nach Santobal. Nur raus ist eben der schwere Weg. Deswegen braucht man vorher eben dieses Siegel. Und das ist ein eigener kleiner Shellrun. Man darf dann in Port Honak anlanden, einem anderen Hafen. Dort darf man dann eine Villa infiltrieren. Das ist nicht ganz so schwer wie in einer Landfahrt selber. Und kann sich da dann dieses Siegel rausklauen. Mit dem Siegel kann man dann die Fälschung perfektionieren. Und sich dann eben seinen Strafehrlass dann wieder organisieren. Der wird eingetütet. Und nach sechs, sieben Tagen soll der wie gesagt dann dazu dienen, dass man da wieder rauskommt. Ja, dann kann man sich natürlich noch anders vorbereiten, indem man Sachen in seine Kleidung einnäht. Das wird hier auch vorgeschlagen. Man kann noch versuchen, irgendwelche Sachen reinzuschmuggeln. Wie genau man dann Sachen in ein Gefängnis oder in eine Strafkolonie schmuggelt. Das bleibt dann eurer Fantasie überlassen. Ich werde da mal nichts zu sagen. Aber es gibt da mehrere Möglichkeiten, die dann hier vorgeschlagen werden. Ob ihr das dann als Spielleiter tatsächlich zulasst, ist eine andere Sache. Aber die Spieler dürften da dann eben auch Sachen zu planen. Ja, wenn man dann auf der Insel selbst ankommt. Also man kann dann natürlich auch nochmal diese Gerichtsszenen ausspielen. Das ist ganz möglich. Wird da allerdings auch auf wenig Konsequenzen stoßen. Also ich habe da schon gesagt, wer da hin will, der kann da auch hin. Denn die Insel hungert. Da sterben dort viele, viele Menschen tagtäglich. 150 sind es, glaube ich, die da eigentlich sein sollen. Und man versucht dann eben diese 150 dann wieder aufzufüllen. Also wenn irgendwer in Allantwoher mit einem kleinen oder großen Verbrechen dann erwischt wird, der kommt nach Santobal in die Mine. Auf der Insel kann man dann von einem Hafen durch einen großen und langen Dschungel laufen. Da gibt es dann auch ein paar Überfälle mit irgendwelchen Waldmenschen. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Mir war tatsächlich nicht klar, dass es so etwas wie Menschenfresser gibt, wie Kannibalen. Ich dachte, Aventurien kommt ohne so etwas aus, ohne dieses Klischee. Ist nicht der Fall. Also das war mir auch was Neues. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich bin ja ein Freund von düsterer Fantastik, von Fantasy. Aber ich glaube, es passt nicht wirklich zu den Utulus oder zu den Mohahas. Also da war ich überrascht. Ich lasse das einfach mal so stehen. Also man wird auf alle Fälle überfallen und kann dann mit einigen Verlusten, kann man dann trotzdem ankommen in der Mine und lernt dann diese kennen. Ja, dann wird eigentlich ein Tagesablauf geschildert und die Sandbox vorgestellt. Also es gibt einen Lageplan, es gibt dann die Gebäude, was wo steht, was wo drin ist und eben dann den Tagesablauf, wie die normalen Gefangenen doch bitte zu arbeiten haben und wo sie eingeteilt werden. Es geht dann auch mit sowas los wie, in welches Haus gehe ich? Also wo schlafe ich? Denn es gibt hier vier verschiedene Organisationen, so nenne ich sie einfach mal, vier verschiedene Fraktionen. Das sind dann die Sklaven, es sind die Piraten, die Kriegsgefangenen und die Verurteilten, so nennen wir sie einfach mal. Es gibt dann auch noch ein paar Einzelhäftlinge, einzelne Gefangene, die sich dann noch niemandem angeschlossen haben. Aber die Charaktere sind dann tatsächlich gut damit beraten, dass sie sich einen von diesen vier Fraktionen anschließen und damit hassen alle anderen sie natürlich. Man kann dann auch nicht einfach mehr die Lager wechseln, das funktioniert nicht, dann sind alle gegen einen. Das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Das ist eben dieser ganz typische, ich sag mal, Knastalltag, wie man ihn aus deinen Gefängnisserien und Filmen kennt. Also jetzt beispielsweise dann Prison Break. In der Mine gibt es natürlich auch verschiedenste Charaktere, die dann vorgestellt werden. Unter anderem lernt man natürlich seine Mitgefangenen kennen, je nachdem, wem man dann da vertraut, wem man da nicht vertraut. Man bekommt natürlich auch viele Schlägereien mit. Entweder man kann da zusehen oder aber man wird selbst verprügelt. Man darf dann seine Essensration abgeben. Es gibt dann auch Regeln für so etwas wie die Ausdauer oder dann eben Erschöpfungspunkte. Auch sowas wird dann hier wieder eingearbeitet. Also man sollte doch tatsächlich an seine Essensration kommen, sonst wird das alles sehr, sehr ungemütlich. Man lernt aber auch seine Wärter kennen. Die sind natürlich so, wie es sein muss, asozial. Die hauen dir dann mit der Peitsche eins rüber. Oder eben auch diejenige, der die ganze Polonie gehört. So sag ich einfach mal. Also die Gefängnisaufseherin. Auch die darf man dann kennenlernen. Und auch die hat natürlich ein großes, mysteriöses Geheimnis, was man dann hier herausfinden kann. Darf und sollte in den paar Tagen. Der erste Tag wird wahrscheinlich auch dazu dienen, dass man da so ein bisschen reinkommt, reinfindet, dass man das lernt. Das kann vielleicht schnell übersprungen werden. Da kann natürlich auch geflacht werden, aber es ist vor allem viel, viel Steine schleppen, viel Steine hacken. Und da muss man mal gucken, inwiefern man da wirklich dann auch Zeit hat, um seinen Charakter auszuspielen. Es gibt da natürlich auch einige Wachwechsel und einige Pausen. Und gerade in diesen Wachwechseln kann man sich dann unterirdisch mit den anderen Mitgefangenen austauschen. Finde ich total gut. Als ich das hier gelesen habe, da wurde dann sowas gesagt wie, ja, Wachwechsel. Und wenn man dann in dieser Mine arbeitet, hat man ungefähr 15 Minuten, bis die einen hoch sind und die anderen dann im Korb runtergefahren sind. Und in der Zeit werden dann A, Drogen ausgetauscht oder irgendwelche Waffen, wenn man dann sowas hat. Ihr kennt dann ganz typisch die angespitzte Zahnbürste. Oder aber man wird sich einfach schlagen, wenn man noch eine Option offen hat, die am vorherigen Tag oder am vorherigen Abend irgendwas passiert ist. Dann, wenn man denjenigen falsch angeguckt hat oder angestarrt hat, dann wird man da auch verprügelt. Und das passiert dann eben in diesen 15 Minuten. Also da kann man dann relativ viel miteinander fluffen. Und das bietet dann auch so eine richtig schöne, heimlige Atmosphäre da unten in den Stollen drin. Je nachdem, was dann der Auftrag war. Man kann natürlich sich da bemühen, Diamanten rauszuklauen. Das wird natürlich auch streng bestraft, wenn man da erwischt wird. Also das war die eine Motivation. Dann die andere Motivation ist Santobal beziehungsweise den Al-Anfanern-Schaden. Da muss man einfach dann nur dafür sorgen, dass die Gefängnisinsassen so ein bisschen rebellieren, sich gegen die Wächter aufleeren. Das heißt, man muss da sehr viele Verbündete sammeln und zwar über das ganze Lager hinweg. Das ist auch so eine sehr schwere Aufgabe. Da hat man eine ganze Menge zu tun. Man kann natürlich auch versuchen, dann für die Horasier jemanden dann hier rauszuholen, für die Krone. Also, dass ein Spion hier drin eingeschlossen ist, den man dann rausholen muss. Oder wie gesagt, ein anderer SC, NSC, ein alter Gefährte, der hier dann seine Kinder oder seine Frau verloren hat. Wie gesagt, was auch immer der Auftrag war, mit dem ihr hier reingegangen seid, dem kann man dann nachgehen, nach und nach. Dann auch irgendwann dafür sorgen, dass es dann an diesen Ausbruch geht. Beziehungsweise, das ist nämlich der Plot-Twist, man hatte sich ja dieses Siegel besorgt im Vorfeld. Man wird dann feststellen, kurz bevor man dann rausgeholt werden will, dass plötzlich der Kapitän, der einen dann rausbringen sollte, selber im Knast sitzt. Der sitzt plötzlich neben einem und erkennt das Geheimnis, erkennt das Geheimnis, dass man ausbrechen will. Und dann geht alles drunter und drüber, weil der kann jederzeit, der kann jederzeit zu der Intendantin gehen, zu Fiorella Palligan, und ihr stecken, dass wir ausbrechen wollen. Und das ist dann natürlich die Hölle. Ja, also, es muss unglaublich viel improvisiert werden. Es gibt viele, viele Plot-Twists, die man hier dann benutzen kann. Es gibt viele Leute, die dann dir das Leben sehr schwer machen können und wenige Leute, die dir das Leben einfach machen wollen. Du kannst in der Küche arbeiten, du kannst irgendwelche anderen Stollen versuchen zu buddeln, was auch immer du tust, es wird irgendwas dazwischen kommen und du musst dann improvisieren. Es ist tatsächlich ein richtiger Prison Break und das gefällt mir. Ich habe immer so meine Probleme mit diesen kleinen Gefängnissen, wo man dann reingesperrt wird oder in Gefängniszellen, wo man dann aufwacht, gerade zu Beginn des Abenteuers und dann muss man da irgendwie rauskommen oder man sitzt einfach nur im Gefängnis, im Knast und kann nichts tun. Die Sachen sind abgenommen. Das ist immer richtig, richtig schade und das ist hier ja nicht der Fall. Das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, dass es dann eben sehr anders ist und das gefällt mir richtig gut. Wir können dann natürlich auch noch so etwas kennenlernen, wie den Knastmagier, den Gefängnisarzt. Der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Der enthält sich auch für so etwas wie einen Gesteinsexperten. Auch dem können wir entweder in die Karten spucken oder aber er wird uns richtig fertig machen, weil er ist sehr, sehr unterdurchschnittlich, sagen wir es einfach mal so. Aber er ist halt auch ein fieser Hund und wenn dann so etwas wie eine Seuche ausbricht oder eine Krankheit, dann kann er sich da nicht wirklich drum kümmern. Wir haben von draußen, wenn wir dann irgendwann ausgebrochen sein sollten, haben wir noch Bluthunde, die dich dann töten wollen und wir haben dann, wie gesagt, diese Menschenfresser und wenn wir dann aus Santobal, aus dieser Mine dann geflohen sind, selbst dann sind wir noch nicht durch, weil dann müssen wir durch den Dschungel mit den Menschenfressern zu einem Hafen, wo wir kein Schiff haben. Also dieses gesamte Abenteuer ist von vorne bis hinten durchgeplant, zumindest hier auf diesem Blatt. Für die Spielerhelden wird es sehr, sehr anstrengend werden, aber sehr, sehr geil, wie ich finde. Ja, wer, wie gesagt, ein bisschen mehr Interesse im Schleichen hat, der kann dann noch mal bei der Intendantin vorbeischauen, kann der dann irgendwelche Diamanten aus dem Safe klauen, kann sich irgendwelche Briefe von ihr anlesen, hat dann vielleicht so etwas wie Erpressermaterial, wenn er wieder draußen ist oder kann sich dann mit Diamanten für 300 Dukaten dann bedienen. Also man kann hier richtig als reicher Mann oder als reiche Frau rausgehen und nimmt viele gute Erfahrungen mit. Und das habe ich bereits schon kurz diskutiert. Es ist für alle Heldenstufen geeignet, wie ich finde, denn vor allem die Spieler werden hier gefordert und weniger die Werte von den Charakteren. Das ist natürlich auch wichtig, gerade wenn man dann sehr körperlich hart anstrengend arbeiten muss, dann werden auch die Werte gefordert. Aber es sind vor allem die Spieler, die jetzt hier auf einem auf einem Nagelbrett tanzen müssen und sie dürfen dabei eben nicht scheitern. Wenn sie runterfallen, sind sie halt sehr, sehr schnell verletzt. So sage ich einfach mal mit diesem Bild. Also es ist ein Prison Break und ein Shadow Run in bester Manier. Ja, zu guter Letzt gibt es natürlich noch so etwas wie einen Ausklang, also was kann passieren oder was wird offiziell bekannt und dann sehen wir auf der Rückseite noch die Karte von dem Gebiet und die Minen, damit man sich so ein bisschen orientieren kann. Wer die Karte benutzen will, der kann sie natürlich dann auch ausgeben. Ja, und damit endet das Abenteuer mit 64 Seiten und wir kommen zur Bewertung. Ja, die Modularität. Ich habe ja bereits gesagt, dass ich im Verlaufe vom Jahr 2019 die Bewertung etwas angepasst habe. Ich habe früher angelehnt an die 16 Punkte, die es in den DSA-Sachen immer gab, 16 Punkte auch bei mir genommen. Finde ich nicht ganz so schlüssig. Ich gebe lieber 20, dann lässt es sich besser auf entweder 10 Punkte oder auf 100 Punkte hochrechnen. Einfach indem man dann durch 2 teilt oder mal 5 rechnet. Damit bekommt man zumindest eine wesentlich bessere Rechnung auf dekadische Werte, als wenn man mit 16 Punkten rechnet. Modularität. Wir geben 4 von 5 Punkten. Es ist modular. Das sind große Teilen. Man kann es verschieben. Allerdings sollte es hier irgendwo in diesem Süden spielen. Es zieht schon sein Flair daraus. Es ist aber auch gar nicht so wild. Also wenn ich eben so ein Setting spielen will, ich will tatsächlich hier im Süden bleiben. In den Norden, in irgendwelche Eisminen oder sowas. Ich glaube nicht, dass das dann wirklich Spaß macht. Gerade wenn wir diesen Dschungel und diese Menschenfresser brauchen. Aber ansonsten, unabhängig davon, ich kann es in der Zeit verschieben. Es macht auch in anderen Zeiten Sinn. Auch wenn hier sowas wie eine Timeline angegeben ist. Aber ich kann das nicht nur 1040 erzählen, ich kann es auch 1020 oder auch 1000 NBF erzählen. Das geht also alles. Gefällt mir gut. Spielleiter Schwierigkeit muss man sich ein bisschen überlegen. Ich habe für mich beschlossen, 4 von 5 Punkten. Damit ist es nicht sehr schwierig zu leiten. Es ist nicht sehr schwierig zu erzählen. Es gibt ein paar Hilfestellungen. Man kann hier auch wieder mit den roten und grünen Totenköpfchen und Fläschchen kann man dann auch wieder überlegen, ob man es den Helden einfacher macht oder schwerer. Wenn einem dann ein Held mit Magie irgendwie auf die Nerven geht und man da die Befürchtung hat, dann kann man ihm einen Eisenkragen oder eine Kette umlegen. Dann wird man auch die irgendwie los oder erschwert ihn dann eben durch diesen Bann des Eisens das zaubern. Das kann man sich überlegen. Ist den Wachen auch bekannt, dass eben sowas existiert und das machen die auch? Muss man sich eben überlegen, wie mächtig ist mein Magier und will ich das eben wirklich? Spielspaß? Ja, gebe ich auch 5 von 5 Punkten. Es macht unglaublich Spaß, wenn man sich darauf einlässt. Man muss hier eben überlegen, mit welchen Charakteren man antritt. Ein rechtschaffender Geweihter, ein Pryos-Geweihter wird hier keine Chance haben, denn der wird sich a. nicht in eine Straftat freiwillig begeben, um dann diese Mine zu infiltrieren. Das geht nicht, das macht er nicht. Und wie gesagt, Elfen, Goblins und Orks, die werden hier auch keinen Spaß haben, aber ansonsten wird hier jeder andere dann wohl sehr auf seine Kosten kommen und ja, Geweihte sind schwierig, aber wenn man dann davon absieht, die Wachen prügeln dich dann einfach nicht ganz so fest und schicken dich dafür dann eben eine Stunde länger in die Mine, dann stirbst du da. Bonuspunkte 5 von 5. Ich bin sehr amüsiert, das ist tatsächlich ein richtig gutes Abenteuer. Ich bin hoch zufrieden damit und eine Kaufempfehlung geht tatsächlich raus. Müsste man sich natürlich überlegen, ob man das im Süden mag. Wer Al-Anfa nicht mag, der kann das spielen, weil man Al-Anfa schaden kann und wer Al-Anfa trotzdem mag, der kann das auch spielen, weil man dann irgendwelche anderen Spione oder sowas hier rausholen kann oder weil man einfach in seine eigene Tasche wirtschaftet. Also egal, ob man Al-Anfa hasst oder liebt, ob es eine Hassliebe ist, man kann dieses Abenteuer immer spielen. Das ist eben das Schöne. Hier hat man sich viele Gedanken gemacht, das merkt man und ich muss hier dann den Autor auch loben. Das war namentlich übrigens David Schmidt. Gut, damit bin ich fertig mit dieser Rezension, war jetzt doch relativ fix. Ich habe mich beeilt mit dem Lesen, ich habe mich beeilt mit dem Rezensieren und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.